Hallo Leute! Bis bald das Video anfängt, ich will euch nämlich warnen. Ich habe nichts gegen Justin Bieber oder irgendwelche Fangirls oder so. Dies ist das neue Format, wovon ich euch letzte Woche erzählt habe. Nehmt das alles mit Humor und am Ende gibt es ein paar ernste Worte. Deswegen bleibt wirklich bis zum Ende dran und ja, dann würde ich sagen, ciao! Gerd, komm, die Kamera läuft! Okay, ich bin da, los geht's! Gut, du weißt also, was du am Anfang sagen musst. Nein, ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nichts. Boah, ich habe dir doch gesagt, bereite dich vor! Warum hörst du dich auf mich? Gut, wenn du so frech mit mir redest, dann kann ich ja gleich wieder gehen. Okay, Gerd, tut mir leid, war nicht korrekt von mir. Stell dich jetzt einfach mal vor. Okay. Hey Leute, ich bin Gerd und nun ein Mitglied von Ilos Kanal. In diesem Format Gerd Talks beschäftige ich mich mit euren Themenvorschlägen. Wenn überhaupt welche kommen, wenn nicht, dann reden wir halt darüber, worüber Ilos sprechen will. Aber ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Themen parat habt, sie uns unten in die Kommentare hinschreiben und sie werden diese Brille, diese Brille, diese Brille, diese Brille, sie werden diese Brille. Und am Ende jeder Folge kommt etwas Ernstes dazu, wo vielleicht jemand von euch etwas dazulernen kann. Perfekt, verstanden? Sollten wir vielleicht den Zuschauern erstmal erklären, wie wir uns kennengelernt haben? Okay, also, ich erzähle euch, wie ich und Ilos uns überhaupt kennengelernt haben. Wir sind seit kurzem gute Freunde geworden und, äh, ja, seitdem wollte ich ein Teil von Ilos Kanal sein. Hi, was ist? Ich mag es nicht, wenn mich fremde Menschen ansprechen. Also, wenn du mir kein Geld spendieren willst oder irgendetwas geben willst, dann kannst du gleich gehen. Hey, auf meinem YouTube-Kanal leuchtet es nicht so ganz gut und ich bräuchte da ein bisschen Unterstützung. Hättest du vielleicht Lust, für 5 Euro vielleicht mitzumachen? 5 Euro? Was bringt dir 5 Euro? Daraus kann ich mir nur ein Maxi-Pack von Gummibärchen kaufen und ein Hoba-Boba-Kaugummi dazu. Nee, nee, ich will mehr. 20, nein, 20, nein, 50, nein, 100, 3.000, nein, 5.000, nein, 9.000, nein, gut, das ist eben 30.000. Okay. So, Ido, worüber würdest du gerne sprechen? Über das Berühmt-Sein. Super Thema! Viele Menschen wollen berühmt sein und ich werde ja schließlich berühmt. Ich bin ja jetzt schließlich ein Mitglied von Ido's Kanal und... Gerd, ich bin nicht berühmt. Ich habe gerade mal 88 Abonnenten. Was? Ja, ich bin nicht berühmt. Gerd, was machst du da? Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab gedacht, du wärst berühmt. So, ich beruhige mich jetzt. Mit Anschreien erreicht man gar nichts. Und, ja, ich bekomme wenigstens mein Geld, dann ist ja alles doch paletti. Das Berühmt-Sein hat einmal positive und negative Seiten. Kommt, wir erst mal zum Positiven. Es wird immer Menschen geben, die deine Arbeit gut finden. Außer natürlich bei Ido, aber bei dem ist das halt normal. Jetzt hör doch auf, sowas zu sagen, Mann! Wenn man berühmt ist, dann ist es normal, dass man auf der Straße erkannt wird. Und da kommen eure Fans dazu. Boah, warte mal! Du bist doch die seine Sänger, Justin Bieber oder so. Oh, ähm, ja. Boah, ich mach deine Musik. Krieg ich ein Autogramm? Tö, für meine Fans züchtet alles. Mussten wir für diese Szene unbedingt Justin Bieber nehmen? Natürlich! Ich muss auch ein bisschen Geld verdienen, verstehst du? Deswegen macht ich bei Ido's Video mit. Justin, was erzählst du da für Märchen? Ich hab dir nie gesagt, dass ich dich bezahle. Wir haben abgemacht, dass du dieses Video, ja genau dieses hier, auf dein Twitter-Account postest. Es war nie die Rede, dass ich dich bezahle. Wir haben abgemacht, du postest es auf dein Twitter-Account und dann bekomm ich schließlich die Klicks dafür. Ich brauch doch schließlich auch Klicks. Also, Justin, wenn du das nicht machst, dann darfst du nicht mehr mitmachen, okay? Ähm, okay, es geht weiter. Was aber nicht schön ist und zu den negativen Dingen gehör... Und diese Brille, ich mach die gleich kaputt, sind nämlich die ganzen Fangirls. Ja, ihr Fangirls, ihr könnt euch ruhig angesprochen fühlen. Okay, ich muss aber zugeben, es gibt manchmal Fangirls, die ganz okay sind. Es gibt Fangirls, die sehr höflich sind und die anständig sind. Und diese Brille, ich mach sie gleich kaputt. Ido, wo ist meine Brille? Gib sie mir bitte. Aber ich glaub, ihr wisst genau, welche Fangirls ich damit meine. Oh, Justin Bieber! Bitte umarme mich und gib mir bitte ein Autogramm und noch 50 Fotos dazu. Ja! Liebe Fangirls und vielleicht gibt's auch unter euch Fanboys, die genau so reagieren. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ihr mit euren Idolen irgendwie sprechen wollt, Fotos machen wollt, dann geht vielleicht zu denen hin, fragt die ganz nett und höflich, können wir bitte ein Foto machen? Und nicht mit diesem ganzen Rumgekreische. Aber ich sage euch, wenn ihr vor euren Idolen so rumkreischt, dann werden die euch nicht bei ihnen haben wollen. Im Gegenteil, die wollen euch loswerden. Von eurem Rumgekreische bekommt man Kopfschmerzen davon. Wenn ihr zu euren Idolen hingehen wollt, mit denen sprechen, macht das. Aber macht das auf eine nette und höfliche Weise. Denn dann redet man mit euch gerne. So, ich denke, wir haben diesen Punkt jetzt geklärt. Gerd, du hast doch keine Ahnung davon. Du hattest nie Fangirls. Ido, wenn du weiterhin so mit mir redest, dann geh ich. Und dann bekommst du kein Geld. Stimmt. Aber andererseits, von wo bekomme ich denn die 30.000 her? Jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren negativen Punkt. Die Hater. Du bist so diese eine Justin Bieber da. Ja, du bist bestimmt ein Fan von mir, oder? Nein, im Gegenteil. Ich bin überhaupt nicht dein Fan. Ich bin ein Hater. Sind deine Eltern stolz auf dich? Obwohl man das eigentlich nicht richtig als Hate bezeichnen kann, aber hey, ist doch egal. Kommen wir nun zur Erkenntnis. Habe ich so gerade einen auf C, oder? Wenn du mit Mobbing nicht klarkommst, dann ist das Internet für dich ein komplett falscher Ort. Klar gibt es Leute, die dich mögen oder die deine Arbeit toll finden. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich irgendwie ein bisschen mehr auf das Negative konzentriert, anstatt auf das Positive. Deswegen will ich dir sagen, lass dich nicht unterkriegen. Deswegen will ich dir sagen, wenn du wirklich berühmt sein willst, ist es deine Sache. Aber ich persönlich würde davon echt abraten. Hm, jetzt stellt sich aber die Frage, warum macht Ilo überhaupt YouTube? Ilo, erklärst du uns das? YouTube mache ich nicht, um berühmt zu werden. Heutzutage ist es auch echt unmöglich, berühmt zu werden. Es ist auch nicht meine Leidenschaft. Es ist einfach nur ein kleines Hobby. Ich mache es einfach gerne, weil es mir Spaß macht. Und ich will einfach meine Arbeit sozusagen euch teilen. Da ich ein kleiner YouTuber bin, bekomme ich leider selten solche Kommentare wie so konstruktive Kritik oder so oder so positive Worte. In letzter Zeit sind es echt weniger gewesen. Aber das ist egal. Ich mache das trotzdem gerne und ich will trotzdem noch weitermachen. Und ich will euch sagen, auch ich hatte am Anfang, wo ich komplett angefangen habe, es mir komplett anders vorgestellt. Ich hatte anfangs so viele Hater ohne Spaß. Ich habe, als ich das erste Mal solche Kommentare gelesen habe, wie Bring dich um, du misset. Geh dich vergraben. Ich kaufe dir eine Schaufel. Solche Kommentare gab es wirklich. Und das öfters. Diese Kommentare haben mich so demotiviert und haben mich irgendwie so down gemacht, weil ich einfach das nicht gewohnt war. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt, keine Frage. Aber dann habe ich mir überlegt, soll ich wirklich damit aufhören oder mache ich trotzdem weiter, um mich ein bisschen zu verbessern, um einfach meine Videos generell zu verbessern. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil es verletzte mich persönlich innerlich immer, wenn ich irgendwelche Kommentare gelesen habe, die einfach zu weit gehen. Leute, die dir persönlich zum Beispiel den Tod wünschen. Das ist persönlich so ein, das ist die unterste Schublade von den Leuten, die das schreiben, keine Frage. Aber so generell, wenn ich solche Kommentare lese, dann, ja, dann ging es mir einfach so richtig schlecht. Klar sagen viele auch, ja, das sind doch bloß Hater, das soll man nicht ernst nehmen. Aber wie viele Menschen haben sich schon wegen Cybermobbing das Leben genommen? Aber dann habe ich mir, wie gesagt, überlegt, soll ich weitermachen oder nicht? Und ich habe dann weitergemacht. Ich wollte mich verbessern mit dem Schnitt und mit den Videos allgemein. Und dann habe ich mich halt tatsächlich verbessern können. Und wenn ich meine Videos von damals angucke, so die vor ein paar Monaten zum Beispiel, dann bin ich zufrieden damit. Da kann ich sagen, ja, da hast du dir Mühe gegeben. Darauf bist du wirklich zufrieden. Und wenn dir welche schreiben, ja, bring dich um oder geh dich erhängen oder irgendwelche andere Beleidigungen, dann hör einfach nicht darauf. So, das war eigentlich mit dem Thema Berühmtsein eigentlich, glaube ich, vom Thema ein bisschen abgewichen, aber egal. So, Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like, wisst Bescheid. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Video teilen, daher würde ich mich sehr freuen. Und hier kommt ihr nämlich zu den letzten beiden Videos. Und hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Ciao.